Ja, meine Damen und Herren, es geht um den Beschluss des Verwaltungsgerichts Köln. Ich muss ihn nicht wiederholen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selten eine solche Urfeige erlebt für den Verfassungsschutz. Da ist eine Behörde, die soll die Verfassung schützen und Richter müssen ihr erklären, was Artikel 20 und 21 bedeutet und dass man auf diese Weise nicht sozusagen Parteien aus dem politischen Kampf ausschließen kann. Und dass das Gericht auch noch deutlich sagt, dass durchgestochen worden ist, also sozusagen das Gericht schuld ist, dass es die Absprachen verletzt hat, dass das Gericht, der Verfassungsschutz schuld ist, dass diese Absprache verletzt worden ist, die das Gericht mit dem Verfassungsschutz hatte, das ist ungeheuerlich. Aufmarsch der Neonazis, NPD-Parteitag. Auch die geheimen Spitzel vom Verfassungsschutz feiern mit. Die sogenannten V-Leute sind mittendrin. Berlin. Stolz ist man hier auf die vermeintliche Wunderwaffe. Nur so habe man die Naziszene unter Kontrolle. Die V-Leute seien also unentbehrlich. Experten bezweifeln das. Ich halte die V-Leute deshalb für entbehrlich, weil sie so problematisch sind. Also man kann sich auf sie nicht verlassen. Es gibt viele V-Leute, die erfinden Material, um sich beim Verfassungsschutz interessant zu machen. Es gibt V-Leute, die wählen das Material aus. Das wirklich Interessante berichten sie gar nicht weiter. V-Leute, das klingt nach Agenten, nach eingeschleusten Beamten. Doch in Wirklichkeit sind es ganz normale Nazis, die sich etwas dazu verdienen wollen. Eher Wichtigtuer als Verräter. Etwa Wolfgang Frenz. Er war V-Mann für den Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen, mehr als 30 Jahre lang. Zuletzt saß Frenz im Bundesvorstand der NPD. Ein Nazi mit Leib und Seele. Wenn es Auschwitz nicht gegeben hätte, müsste es für die Juden von heute erfunden werden. Frenz trifft sich fast wöchentlich mit dem Mann vom Verfassungsschutz, jahrelang. Und das führte natürlich auch zu Männerfreundschaften. Ich hatte da einen, mit dem ich also auch viel dann hinterher privat verkehrte. Wir gingen also zusammen angeln, wir gingen zusammen ins Kino, einmal sogar in der Oper. Unsere Frauen trafen sich. Wir haben dann viel Wein zusammen getrunken, auch privat. Frenz fühlt sich nicht als Verräter. Die Erklärung ist einfach. Große Teile seines staatlichen Honorars lieferte er offenbar bei der Partei ab. Hunderttausende Mark vom Staat an die Rechtsradikalen. Sie haben immerhin es mir ermöglicht, die NPD in Nordrhein-Westfalen zu gründen und die NPD aufzubauen. Und das war nur möglich mit den Honoraren, die ich vom Verfassungsschutz bekam, aber an die NPD dann weitergegeben habe in Form von Spenden. Das Geld fließt vom Staat über den Verfassungsschutz und die V-Leute in solche Organisationen hinein, die entweder kriminell sind oder ausländerfeindlich oder rassistisch, antisemitisch oder alles zusammen, ist einfach skandalös. Auch dies sind V-Leute, mit deren Hilfe der Verfassungsschutz unseren Rechtsstaat schützen wollte. Er war V-Mann vom Verfassungsschutz NRW, verurteilt wegen Drogenhandels und illegalen Waffenbesitzes. Ein weiterer V-Mann vom Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern, ein gefährlicher Brandstifter. Auch er, V-Mann vom Verfassungsschutz Brandenburg, verurteilt wegen Mordversuchs. Und dieser V-Mann vom Verfassungsschutz Thüringen, ein knallharter Hetzer und Antisemit, sogar vor laufender Kamera. In Auschwitz wurde niemand umgebracht. Und ich sah alles klipp und klar, leider wurde niemand umgebracht. Kriminelle und Antisemiten, gut bezahlt vom Staat für Spitzeldienste. Warum? Leider bekommen wir kein Interview vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Man hält an dem V-Mann-System fest, obwohl es immer wieder versagt. In Hamburg passiert vor einem Jahr genau das, was der Verfassungsschutz ja eigentlich verhindern sollte. Die Neonazis greifen den Rechtsstaat an. Es kommt zu Gewalt und Ausschreitungen. Die Polizei, überrascht und überrannt, sie riskieren ihr Leben, um sich den Nazis in den Weg zu stellen. Meine Prognose ist, wenn wir das nicht getan hätten, da wären wirklich Tote zurückgeblieben. Das ist meine feste Überzeugung. Die neue Tätergruppe, sogenannte autonome Nationalisten. Besonders aggressiv. Und es gibt viel mehr als erwartet. Die Polizei wurde nicht gewarnt. Der Verfassungsschutz hatte offenbar geschlafen. Seine Erkenntnis? Bundesweit gäbe es nur 200 autonome Nationalisten. Es galt bis zu diesem Ereignis aus dem Bereich des Landesamtes für Verfassungsschutz und auch unserer Staatsschutzabteilung. Die Zahl mehr als 200 gibt es nicht. So, die Erkenntnisse an dem Tag waren eben, es waren 400. Der Verfassungsschutz Hamburg. Er hat die Polizei offenbar nicht vor der neuen Bedrohung gewarnt. Immerhin gibt es hier ein Interview. Die Rechtfertigung, Behörden und ihre V-Leute sind halt nicht so schnell. Wir haben V-Leute in allen möglichen extremistischen Bestrebungen. Und wenn sich neue extremistische Bestrebungen ergeben, sind unsere V-Leute vielleicht mit einem gewissen Zeitverzug auch dabei. Man hat sehen können, dass der Verfassungsschutz nicht das tut, was er hätte tun sollen. Nämlich die Bevölkerung vor den Ausschreitungen, die drohten und die man mit sorgfältiger Ausforschung der Szene auch hätte erkennen können, zu bewahren. Auch er hat gezeigt, wie albern das V-Mann-System bisweilen ist. Jörg Fischer, früher selbst ein Nazi. Er hat mit einem Bekannten jahrelang den Verfassungsschutz an der Nase herumgeführt. Sie lieferten fast wöchentlich Berichte. Entstanden sind die Berichte eigentlich auf eine sehr lächerliche Art und Weise. Es waren schlicht und ergreifend Berichte, die abgeschrieben wurden, die wir abgeschrieben haben aus allgemein zugänglichen Artikeln und Berichten über die neonazistische Szene. In Internetforen, bei Webseiten, die wir rechtsextreme Szene beobachten. Da wurden Berichte einfach abgeschrieben. Dreieinhalb Jahre spielen sie Spielchen mit dem Verfassungsschutz. Dreieinhalb Jahre lässt sich die Behörde artig mit falschen Informationen füttern. Wir wurden ja im Laufe der Zeit immer frecher quasi, weil wir gesehen haben, es geht. Es wird nicht nachgefragt, die schlucken das, die zahlen, die glauben das offensichtlich auch noch alles. Und da wird man dann natürlich immer frecher und guckt, wie weit kann ich gehen, wie dumm sind die wirklich, was kann ich noch alles mit denen anstellen. Und das war aufschlussreich, es war interessant und es war erschreckend. Ein einziger Innenminister hat sich inzwischen von der V-Mann-Praxis bei der NPD verabschiedet und seinen V-Leuten den Geldhahn abgedreht. Wir haben übrigens außerhalb der V-Leute ja noch andere nachrichtendienstliche Mittel, die man einsetzen kann, um das mal ganz am Rande zu sagen. Natürlich kann man bei bestimmten Verfassungsfeinden auch Telefonüberwachung machen oder etwas ähnliches. Das heißt, man kommt auch anders an Informationen als nur über V-Leute. Dem Staat nutzen die Spitzel also oftmals wenig. Dafür aber manchmal der NPD. Vor sechs Jahren scheiterte das Verbot der Partei an den V-Leuten. Die Richter wussten bei den verräterischen Zitaten nicht, ist der Urheber ein echter Nazi oder ein Spitzel. Die Verfahren werden eingestellt. Im NPD-Verfahren haben die V-Leute mit Sicherheit nicht der Verfassung genutzt, sondern unter dem Strich der NPD. Denn sie haben verhindert, dass es zu einem wirklichen Verbotsverfahren in der Sache kam. Die Spitzel, die doch eigentlich dem Verfassungsschutz dienen sollen, helfen in Wirklichkeit eher der NPD. Die braunen Funktionäre lachen sich ins Fäustchen. Man gibt sich gönnerhaft. Wir haben ja als Lehrer aus dem Verbotsverfahren eingeführt, das Leistungsprinzip verstärkt anzuwenden. Also nur noch Leute für den Vorstand vorzuschlagen, die auch etwas leisten. Wenn das dann bezahlte Leute des Verfassungsschutzes zum Erfolg der NPD beitragen, sollen sie das meinetwegen tun. Und ansonsten sind sie ein guter Schutz vor einem möglichen Verbotsverfahren. Wir haben ja jetzt die Nachrichten erhalten, dass im Verfassungsschutz offensichtlich erwogen wird. Also jetzt doch ernster erwogen wird, die AfD zu beobachten. Ich kann deutlich sagen für meine Fraktion, wir halten das für falsch. Wir halten das nicht für politisch sinnvoll. Es ist ein offenes Geheimnis, dass sich innerhalb der AfD auch Rechtsextreme und andere Finsterlinge tummeln. Dafür braucht man aber keinen Verfassungsschutz, um das festzustellen. Dafür muss man nur bestimmte Äußerungen von Herrn Höcke und anderen lesen. Also das ist bekannt. Das rechtfertigt aber deswegen noch lange keine Beobachtung. Wir sind der Meinung, man muss sich mit der AfD politisch auseinandersetzen, statt zu versuchen, sie mit der Keule der Beobachtung zu kriminalisieren und damit politisch in eine Märtyrerrolle zu drängen. Und was ich vor allem wichtig finde, man muss alles dafür tun, dass die sozialen Ursachen für Verunsicherung, die am Ende die AfD stark gemacht haben, dass diese sozialen Ursachen überwunden werden. Das wäre Aufgabe der Bundesregierung und nicht insgeheim darauf zu setzen, dass hier ein politischer Konkurrent, den man sicherlich aus guten Gründen nicht mag und nicht mögen muss, dass hier auf diese Art und Weise politisch dagegen vorgegangen wird. Das ist ganz sicher der falsche Weg.